Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi-Blog. Heute eine Wasseranalyse, eine sehr interessante Wasseranalyse. Das ist eine Wasseranalyse an einem 50.000 Liter Teich mit einer 1500 Liter großen Biologie, 500 Gramm Futtereintrag am Tag, Wassertemperatur im Moment 23 Grad, Fischanzahl 50 Fische zwischen 30, 40 und der größte wird so um die 75 Zentimeter haben. Interessant an der Anlage, die hat keine normale Pumpe, also nicht wie wir es kennen, die sind normalen Radialpumpen oder Inline-Pumpen, Propellerpumpen, sondern es sind hier diese Luftheberanlagen. Luftheberanlagen ist eine Mischung aus kommunizierender Röhre mit einer starken Belüftung, die praktisch dieses, jetzt wählt sich Siri wieder, durch die aufsteigende Luft wird Wasser mitgerissen und so soll hier 50.000 Liter in der Stunde umgewälzt werden. Ich gehe eher sogar davon aus, dass es weniger ist, dass vielleicht 25.000, 30.000, vielleicht 35.000 Liter sind, aber es ist jetzt nur eine Mutmaßung. Das Problem an diesen Anlagen ist, dass die Strömung, die damit erzeugt werden kann, ist relativ gering, weil das Wasser drucklos ist. Es wird zwar hier auch erstmal ein Filterbehälter, die dann mit unterschiedlichen Niveaus arbeiten, aber auch hier muss man sagen, ich kann jetzt nicht dieses Wasser über den Luftheber einfach mal auf ein 50 Zentimeter höheres Niveau schaffen. Das würde also, entweder geht es gar nicht oder würde dann nur noch so wenig Wasser oben ankommen, dass es nicht mehr effizient wäre. Problematisch ist natürlich bei den Lufthebeanlagen, dass da wird so viel Luft in die Anlage ins Wasser reingeblasen, dass da so viel CO2 mit ausgetragen wird, dass am Ende es zu Problemen im pH-Wert kommen kann. Also pH-Wert, dass der zu hoch ist und auch bei der Anlage ist es so, dass der Besitzer, der hat heute einen pH-Wert von 7,5 und dass er heute den Teich nicht mehr belüften kann, ohne dass sein pH-Wert dann gleich auf 8 hoch rast. Und wie eklatant das eigentlich ist, was hier passiert, das kann ich Ihnen dadurch demonstrieren. Wir haben hier den Karbonathärte-Wert vom Teich, hier vom Ausgangswasser. Ausgangswasser, die haben hier sehr weiches Wasser, liegt bei 4,5 und im Teich ist er bei 0. So, dass der bei 0 ist, ist nicht dem Luftheber geschuldet oder dem Austreiben des CO2, sondern die Karbonathärte 0 ist dem Umstand geschuldet, dass hier in der Woche nur 10% Wasserwechsel gemacht werden. Also 6.000 Liter pro Woche bei 50.000 Liter ein bisschen mehr, vielleicht 11, 12%. Unsere Empfehlung ist immer ca. 25%. Und ein stark besetzter Teich wie er, 50 Fische auf 50 Kubik, würde ich sogar eher auf 30, 35% pro Woche gehen. Also nicht 6 Kubik in dem Fall, sondern ich würde wenigstens 15, zwischen 15 und 20 Kubik, würde ich in der Woche austauschen. Das auch nicht auf einmal, weil es zu einem Abfallen der Temperatur und zu einer starken Veränderung mehreren Wasserparameter führen würde, sondern ich würde es einfach kontinuierlich zulaufen lassen. Der Trommelfilter spült ja auch kontinuierlich Wasser raus und so würde ich einfach, Melanie, wenn du dann guckst, dass das hier einfach alles mein Aufbau so bleibt. Ja, würde ich es kontinuierlich zulaufen lassen, so wie der Trommelfilter kontinuierlich das Wasser rausspült und würde die Größenwasser wechseln dann einfach in bestimmten Situationen, man hat eine Medikamentenbehandlung und man will danach einfach mal 20, 30% Wasser wechseln. So, jetzt können Sie sich aber vorstellen, was wäre eigentlich, wenn ich morgen die Lufthilfeanlage ausmache, also nicht mehr diese gigantischen Mengen CO2 austreibe, das CO2 im Wasser lasse und trotzdem eine Karbonatherte von Null hätte. Ich kann Ihnen sagen, der pH-Wert würde binnen Stunden, vielleicht einem Tag, würde der wahrscheinlich auf 6 runterknallen. Weil die Karbonatherte, das freie CO2 und der pH-Wert sind in einem festen mathematischen Verhältnis. Das können Sie mal googeln. Es ist wirklich etwas kompliziert zu verstehen, bis man es irgendwann mal begriffen hat. Aber hier sorgt man einfach dafür, dass so viel CO2, freies CO2, was ja von den Fischen abgeatmet wird oder auch nachts von den Algen, da haben wir es allerdings nicht ganz so viele, dass das durch die Belüftung permanent aus dem Wasser ausgetrieben wird. Jetzt ist praktisch hier das freie CO2 bei Null und dann ist es möglich, Null ist es nicht, der pH-Wert ist jetzt gerade bei 7,5, aber das ist so gering, dass selbst bei einer Karbonatherte von Null und je höher die Karbonatherte ist, desto höher ist der pH-Wert und eine geringe Karbonatherte spricht normal immer für einen geringen pH-Wert, dass wir bei einer Karbonatherte von Null, wo wir eigentlich einen pH-Wert bei so vielen Fischen unter 7 haben müssen, dass der immer noch bei 7,5 ist. Also das freie CO2 tendiert, sagen wir mal vorsichtig, tendiert gegen Null. So, was würde ich jetzt empfehlen? Wenn es meine Anlage wäre, würde ich den Luftheber rausschmeißen, würde eine vernünftige Pumpe reinmachen, würde wahrscheinlich auch den Filteraufbau umdrehen, Sie haben ja den Filter, können Sie sich nochmal anschauen, das ist der mit den orangenen Fässern, würde wahrscheinlich nach dem Trommelfilter erst durch die Biologie gehen, würde dann danach in den Teich drücken, hätte dann entsprechend gute Strömung, würde ein bisschen in meinen Filtern belüften, in den Filtern wird nämlich auch zusätzlich noch belüftet und würde, so wie sich das gehört, auch im Teich belüften. Weil alles andere, so wie es jetzt gerade ist, reitet man wirklich auf Messerschneide. Man hat keine Karbonatherte mehr, gut, die könnte man durch mehr Frischwasser zuführen, aber dann hätte man auch einen höheren Karbonathertewert, dann würde bei dem Setup der pH-Wert auch nicht mehr bei 7,5 liegen, sondern würde dann auch wieder auf 8 oder höher tendieren. Aber ich würde einfach mal schauen, dass dem Wasser etwas weniger Belüftung zugeführt wird. Und vor allem, dass ein Teil der Belüftung in Teich verlagert wird. Ob der Besitzer das jetzt so macht oder nicht, der pH-Wert ist hier sogar 7,8, sehe ich gerade, und unser Gerät ist frisch geeicht. Also der ist nicht bei 7,5, sondern 7,8, wenn man ausreichend lange wartet. Ja, also diese Anlage, die steht unter Druck, die hat ein gewisses Gefahrenpotenzial, wenn man morgen den Luftheber ausschaltet, wenn der ausfällt und man würde das CO2, was die Fische abatmen, jetzt im Wasser lassen. Ich weiß nicht, ob das jetzt kritisch werden könnte, aber wenn man die Anlage stilllegt, würden die Fische allein durch das Abatmen von CO2 dafür sorgen, dass der pH-Wert hier im Teich drastisch fallen würde. Nitrit habe ich jetzt noch nicht gemessen, vor lauter Karbonat und pH. Natürlich, einen anderen positiven Effekt ist natürlich, wir haben hier jetzt bei 23 Grad, haben wir 112% Sauerstoffsättigung, das kriegt man natürlich nicht alleine durch den Luftheber hin, die hören normalerweise bei 100% auf, aber wir haben einen sonnenreichen Tag und wir haben Algen und wir haben auch, und wir haben schon mal den einen Block gehabt, der läuft übrigens gerade im Moment, ich weiß jetzt allerdings nicht, wie zeitversetzt die Blocks sind, aber an dem Tag, wo dieser Block läuft, das ist dieser eine Teich, der dann schlussendlich von Michael Rupp umgebaut wird, wo die vielen Probleme sind. Und da bei der Wasseranalyse habe ich erklärt, dass der eine große Flachwasserzone hat und der hatte auch 130% Sauerstoffsättigung. Und hier passiert gerade ein ähnlicher Effekt, Hier passiert gerade ein ähnlicher Effekt, und zwar, dass wir einen extrem hohen Sauerstoffwert haben und auch wieder große Flachwasserzonen haben und auf den Flachwasserzonen sehe ich, da sind Algen und das ist natürlich sehr viel effektiver von der Lichtdurchflutung her als die Tiefenzone oder nur die Wände, weil da ist es wie eine Photovoltaikanlage, da muss man sich vorstellen, da knallt die Sonne direkt drauf und dann können die auch effektiv Sauerstoff produzieren. Nitrit ist bei 0,4 ungefähr, schätze ich jetzt. Das ist auch das, was der Besitzer sagt. Woher kommt das? Die Filter, die er gerade gebaut hat, er hat da einiges umgebaut, er hat was verändert und die laufen jetzt noch nicht in gewünschter Form. Und da hat er mich gefragt, wie viel kann er da machen, wie lange halten das die Fische aus? Und da kann meine Empfehlung nur sein, da muss man gucken, 0,4, wenn ein bisschen Salz im Wasser ist, ist jetzt allerdings im Moment nichts drin. Ja, also das sollte man vielleicht etwas aufsalzen bei dem Nitritgehalt. Man kann das schon ein paar Wochen, vielleicht auch ein paar Monate aushalten, wenn man 0,1, 0,1, 5, 0,2 Prozent Salz im Wasser hat. Allerdings sollte es mittelfristig dann schon irgendwann mal richtig zum Laufen kommen. Ich würde jetzt nicht unbedingt die Futtermenge zurücknehmen. Wir haben jetzt September, jetzt haben die Bakterien bei hohen Temperaturen, haben die noch die Möglichkeit, entsprechend starken Bakterienfilm aufzubauen, Kolonienzahl zu erweitern. Nehme ich jetzt wieder das Futter zurück, dann habe ich wieder das Problem, dann geht zwar aus Nitrit runter, weil die jetzigen Bakterien es schaffen, die anstehende, die zur Verfügung stehende Nahrung zu verwerten. Aber dann habe ich wieder so eine Anlage, die im Frühjahr stolpern wird ohne Ende. Also ich würde jetzt die nächsten vier Wochen wirklich nutzen und würde sagen, okay, Nitrit ist da, Fische wenig Stress, ein bisschen Salz und gucken, dass die Bakterien jetzt vor dem Winter nochmal Gas geben, dass man dann entsprechend stark im Frühjahr aus dem Winter kommt und den Fischen dann auch wieder zügig eine ordentliche Menge Nahrung anbieten kann, damit die ihre leeren Energiedepots wieder auffüllen können. So, war auch interessant, war für mich interessant, für Sie hoffentlich auch. Wir tingeln jetzt weiter zum nächsten Teich. Ihnen noch einen schönen Tag und alles Gute.